Luis Suárez vom FC Barcelona hat verraten, dass der aufsehenerregende Wechsel Cristiano Ronaldos zu Juventus Turin für ihn durchaus überraschend kam. Das erklärte der Uruguayer im Gespräch mit ESPN, natürlich war das eine Überraschung. Vor allem, wenn man bedenkt, wie gut es für ihn bei Madrid lief und dass er mit Real alles gewonnen hat und wie der Klub ihm geholfen hat, als Spieler zu wachsen, sagte Suárez und führte aus, deshalb kam es recht überraschend. Aber so ist es im Fußball. An einem Tag kannst du sagen, dass du glücklich bei deinem Verein bist und am nächsten Tag ändern sich die Dinge. Man muss seine Entscheidung respektieren, er hatte sicherlich seine Gründe, Luis Suárez, wir messen uns nicht nur mit einem Spieler, auch bezüglich der ständigen Rivalität zwischen Barca und den Königlichen äußerte sich der Angreifer, wir spielen in der spanischen Liga und messen uns mit Real, Atletico, Sevilla, Valencia, Villarreal und all den anderen Mannschaften. Wir messen uns nicht nur mit einem Spieler. Ein Spieler kann zwar den Unterschied ausmachen, aber die Wahrheit ist, dass wir immer damit rechnen, gegen das beste Team von Real oder Atletico zu spielen. Ronaldo hatte Madrid im Juli dieses Jahres nach neun Spielzeiten in Richtung Italien verlassen. Juventus zahlte eine Ablöse in Höhe von 117 Millionen Euro für den Portugiesen, der in 438 Pflichtspielen 450 Treffer für die Blancos erzielt hatte. Punkt. Bei den Bianconeri unterschrieb der Superstar ein Arbeitspapier bis 2022. impresionQué G G G Untertitelung des ZDF, 2020